So, jetzt haben wir hier zwei neu angekommene Babys. Das ist der schwarze, ist der Ethan und das hier ist die Suki. Die haben sich jetzt extra schön gemacht für euch und die sitzen da bei der Agnes. Das ist hier die Tierhaus-Mama. Ja, da darf ich das Gesicht nicht filmen von der Agnes und schmusen da. Und was machst du? Du isst jetzt schon das schöne Snoopy-Halstuch, das uns genäht wurde, extra für die Bewerbung. Und da ist der Ethan. Das bist du für ein süßer Knopf. Und da hinten, zeige ich euch mal, liegt die Mami. Leider ein bisschen dunkel. Die ist ungefähr 48 Zentimeter groß. Da hinten sind die anderen Babys, da gehe ich danach noch hin. Aber jetzt haben wir erstmal ein Shooting von den beiden gemacht. Ich suche für mich ein Zuhause. Wir werden jetzt geimpft und gechippt und dann geht's los. Was macht die Suki da? Suki, was machst du? Hoffentlich in eine neue Familie, wo sie super aufwachsen können. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020